Mann, das wird so schwierig. Darf ich die Augen wieder aufmachen? Moment, Moment. Vielleicht ist es schöner, wenn ich die Augen zulasse und mir nur vorstelle. Okay. Achtung, ja, jetzt ist es gut. Okay, Volker, das wird jetzt wirklich extrem schwierig. Was machst du? Nein, Achtung, ui. Du machst eine Brieftaube, war das? Nein, es ist ein... Ein Tee. Ein Tee. Nein, es ist kein Tee. Nein, aber... Ein... Volker, ich werde es dir gleich zeigen. Ein Tee-Träger. Nein, nein, nein. Du bist ein Tee-Träger auf einer Baustelle. Du bist Meister Lampe. Ein Hase. Nein. Arm. 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 Lampenarm. Lampenschirm. Du bist ein Armleuchter. Ja. Es ist mir definitiv... Achtung, ich komme. Eins, zwei, drei. Hör auf, hör auf. Sehr gut. Hör auf. Ja. Das ist mir. Es ist mir. Es ist mir. Hör auf, hör auf. Es ist mir. Scheiß. Es ist mir. Es ist mir. Vielen Dank.